Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Engineers. Ja, heute ist Montag, das heißt, wir haben das letzte Mal Freitag aufgenommen. Und da war unsere Station noch nicht so sehr ausgebaut. Mittlerweile sind die Solarpanels fertig. Ich habe mein kleines Werkzeugschiffchen wieder erbaut. Und mit Schleifgeräten, diesmal eine ganze Wand und nicht nur ein Teil. Funktioniert auch soweit sehr gut. Unter der Station, der, ja, ich sag mal, Wartungsbereich, Kellerbereich, Maschinenbereich, Maschinenraum. Mit dem Assembler, dem Schwerkraftsgenerator, Reaktor, ein Beacon. So, hier kommt noch ein schönes Treppenhaus hin. So, das können wir auch schon mal begehen. Das werde ich jetzt auch gleich mal anfangen zu schweißen. Außerdem haben wir schon jemanden, der, sag ich mal, ein wenig mitbaut. Und zwar den Eli, der ist gerade nicht da. Stößt vielleicht später noch dazu. Und ansonsten hatten wir auch schon jede Menge Spieler, die hier mal ein- und auskehren. Ja, meinen Military, äh, meinen Layer, den haben wir auch wieder gefunden. Der hat auch nach dem neuesten Patch nicht mehr auf mich geschossen. Also haben wir ihn kurzerhand hergeschleppt und zerlegt. Und jetzt muss ich mal gucken. Da, wir haben ganz viele Waffen. Ja, das ist sehr schön. Also, falls uns jemand angreifen möchte, können wir da ein bisschen dagegen schießen. So, erstmal die ganzen Sachen hier zerlegen, die überflüssig sind. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen. Ich glaube, aus den zerlegten Schiffen. Waffen, Waffen, Waffen. Da haben wir auch eigentlich viel zu viele von. Da werde ich auch mal ein paar zerlegen. Ja, dürfte reichen. Fürs Erste. Ach, das, ne. Ja, das dachte ich schon, da wären noch mehr. Hm, sind ja dieselben. Das kommt erstmal nach da. Okay, das kann man soweit erstmal so lassen. Ein bisschen sortieren hier. Sieht ja aus. Chaos pur. Sprengstoff haben wir auch. Ja, und zwar haben wir uns entschieden, die untere Panzerung, zumindest als erstes, gegen eine schwere Panzerung auszutauschen. Wir haben da bis jetzt hier nur eine leichte Panzerung verbaut. Und jetzt haben wir hier überall schon schwere Panzerung. Da wir mehrere Militärschiffe zerlegt haben. Ja, das Problem ist, die zu schweißen. Das dauert jetzt ewig. Und deswegen werde ich jetzt hier den Anleger mal etwas vergrößern. Dazu sollte ich mir vielleicht Stahlplatten mitnehmen. Und ich mache das gleich auch mit schwerer Panzerung. Dann nehme ich mal alles mit, was ich so brauche. Merchblock. Und... Und... Ja. Genau. Brauche ich sonst noch was? Ah, egal. Auf jeden Fall Stahlplatten. Nehmen wir mal... Nein, eigentlich kann ich alle mitnehmen. Ach ja, komm. Alle, die ich tragen kann. So. Jetzt muss ich mal gucken. Wir haben das Werkzeug 5. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist schon okay so. Wenn wir jetzt hier... ...direkt auch wieder die Schräge anfangen würden... ...müsste das ja eigentlich funktionieren. Ja. Okay. So. Die schweren Panzerplatten, die sind doch etwas dunkler in der Farbe. Das sieht zumindest... ...hauen wir mal rein optisch jetzt mal so aus. Okay. Ein paar Schräge dran. Ähm... ...ja. Oh, nein. Das war natürlich jetzt daneben. Okay. So. Jetzt machen wir das hier aber gleich mal ein bisschen schöner. Das mache ich auf der anderen Seite später auch noch. Und zwar... ...hade ich mir das so gedacht. Nein. Weiter Knopf. Echtiger Knopf. Dann brauche ich aber allerdings auch noch den... ...andere Ecke. Das passt. Die Sposch. Okay. So. Hier nochmal eine... Einer so. Darunter könnte jetzt noch ein voller Block... ...den muss man ja nicht ausbauen. Man muss ja einfach nur so... ...da dran. Hier nochmal eine Schräge. Hier nochmal die kleinen Ecken. Okay. Da habe ich die Wand da drunter gleich auch mal fertig. Aus heißt fertig, einfach nur die Platten dahin. Klötze. Bis jetzt wurde unsere Basis noch nicht entdeckt von anderen Spielern. Der Eli, der hat sie zufällig gefunden. Am Freitag. Oh, jetzt muss ich aber mit dem Schiff aufpassen, wenn ich jetzt hier seitlich fliege. Ja, das gefällt mir. Okay, ein Matchblock drauf. Ähm, nein. Ja. Ich schweiß das alles nochmal an. Ich werde das direkt gleich auch mit dem Schweißmodul schweißen. Wollte nur schon mal ein paar Stahlplatten loswerden. Ähm, was brauchen wir jetzt? Herstellungskomponenten, Computer, Stahlrohre, Großklein. Okay. Erstmal setzen wir hier noch zwei an. Dann können wir nämlich jetzt hier nochmal einen Merchblock hinsetzen. Und zwar genau andersrum. Und daran dann unser neues Werkzeug befestigen. Das baue ich auch jetzt wieder in dem anderen, in dem Muster, wie ich es jetzt bei den Schleifmaschinen gemacht habe. Das ist dann effizienter. Okay. Das heißt, erstmal alle Werkzeuge hier dran klatschen. Und da die ja alle nur seitwärts verbunden sind, also hier in der Reihe untereinander verbunden sind, müssen wir jetzt hier noch eine kleine Brücke bauen. Und diese Brücke bauen wir aus zwei Runden und einem... Ja, da brauchen wir natürlich interne Panzerung. Dafür müssten wir hier eigentlich noch genug haben. Oh ja. Äh, 60.000 Stahlplatten. Das ist, äh, ja. Auch genug. Interne Panzerung. Na, nehmen wir erstmal 100 mit. Motoren nehmen wir auch gleich mal ein paar mit. Herstellungskomponenten brauchen wir sowieso. Um, kleine Stahl... Ach komm. Ah ja, okay, das funktioniert nicht. Da muss auf jeden Fall noch ausgebessert werden. Er kennt das Komma nicht. Schreibt zwar ein Komma dahin, aber er kennt es nicht. Äh, mag ja nur den Punkt. Und dann auch nur, wenn es, ähm, Kommastellen sind. Im Tausenderbereich will er eigentlich gar kein Zeichen da haben. Egal. So. Ähm, Verbinder kommt hier auch natürlich hin. Das ist jetzt eigentlich egal, wo ich den Verbinder hier mache. Muss nur richtig rum sein. Denn, ähm, dadurch, dass jetzt alle drei Reihen verbunden sind, kann ich den hinklatschen, wo ich will. Also muss ich jetzt nicht hier an den... An das Förderband klatschen. Und dann an der oberen Stelle brauchen wir natürlich wieder einen... Merchblock. Die unteren beiden sind jetzt auch noch nicht fertig. Da muss ich gleich wieder drauf achten, dass ich die dann wieder richtig benenne. Und dann färben wir das Ganze noch gelb ein. Unser Schweißgerät ist ja immer gelb. Okay, den kriegen wir schon mal fertig, so dass wir ihn benennen können. Das ist dann der Merchblock. Schweißgerät. Merch. Block 4 muss das sein, ja. Ja, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Sekunde, bitte. Habe doch ganz vergessen, meinen Wecker hier zu stellen. Naja. Dann, äh, beschränke ich mich jetzt auf 20 Minuten, dann müsste ich das... Ich denke mal, ich bin schon 10 Minuten drauf. Also, Merchblock. Schweißgerät. Und das ist der fürs Schiff. Also der, den man gefälligst in Ruhe lassen sollte. Ja, das... Die rechte setze ich gleich, wenn ich das fertig geschmeißt habe. Okay. Das ist der Merchblock. Schweißgerät. Schweißer. Dock. Ähm... Ja. Merch. Block. Schweißer. Dock. Okay. Ach, jetzt so, den anderen kann ich natürlich auch gleich benennen. Äh, bleibt ja nur noch einer übrig. Das ist dann... Merchblock... Ähm... Station. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich den anderen genannt habe. Ich nenne den erstmal XX. Nicht, dass ich da... Konflikt gerade... Und ich mehr weiß, welcher welcher ist. Okay, der ist blau. Dann... Nennen wir den doch mal... Gelb. So, das machen wir auch noch. Mit... Bindestrich. Damit's einheitlich ist. Okay. Suche raus. Alles markieren. Und... Share with Faction. Gut. Welche Farbe hab ich eigentlich? Blau. Oh, diesmal passt's ja wieder. Gestern war ich schwarz. Wer will denn schon schwarz sein? Schwarz wie die Nacht. Okay. Panzerglas muss ich vielleicht auch noch einstecken. Oh, Fördermann kriegen wir direkt fertig. Das ist gut. Anzeigen muss ich auch noch ein paar mitnehmen. Ja, bei einigen Teilen sind auch die Computerteile weggefallen. Denn... Das hat immer Probleme verursacht, dass dann die Geschütztürme darauf geschossen haben. Allerdings schießen die Geschütztürme trotzdem noch irgendwie auf eigene Sachen. Ich hab gestern auch wieder ein Schiff gekapert und wurde selbst auch noch beschossen. Das war jetzt nicht so lustig. Als ich dann hier an meine Basis ankam, fing das Geschütz, das unten drunter befestigt war, muss ich ja sagen. Das ist ja verlegt worden. Wir hatten fälschlicherweise die Zwischendecke nur eine Höhe von 2 gegeben. Und wenn man in den Maschinenraum auch noch große Container einbauen möchte, dann ist das schlecht, weil die sind 3x3x3. Und wenn man nur zwei Deckenhöhe hat, dann ist das ein Problem. Das ergibt sich schon allein aus der Logik. Ja, deswegen haben wir die ganze untere Decke wieder abmontiert und dann diese schweren Blöcke dort eingebaut, weil wir ja jede Menge Stahlplatten haben. Nur die alle per Hand zu schweißen, da sind wir ja nächste Woche noch mit beschäftigt. Kann ich ja den ganzen Tag nur aufnehmen, nur schweißen. Jede Folge zwei Blöcke oder so. Okay, also Computer fehlen, große Stahlrohre und was fehlt denn noch? Panzerglas und Anzeigen. Dann würde ich sagen, packe ich das erstmal wieder zurück. Das müsste ja überall gedeckt sein. Große Rohre, die sind sehr schwer, da nehme ich erstmal nur 44. Panzerglas dürfte so bei 8, ich nehme einfach mal 17 mit, anzeigen, brauche ich bestimmt auch nicht so viele, ich nehme einfach mal 10. Und dann Computer-Time, genau. Fangen wir mal unten an. Ja, gut wäre, wenn wir vielleicht ein zweites Team hätten, das irgendwo anders seine Basis errichtet. Und dass man sich dann mal für kleine PvP-Matches verabreden würde. Mit Handfeuerwaffen natürlich nur, weil, ja, muss ja jetzt nicht sein, dass dann die ganze Basis des anderen Teams zerstört wird. Man könnte ja auch so eine kleine Arena bauen. PvP-Match-Arena. Mitten im Zentrum. Capture the Flag. King of the Hill. Domination. Okay, da habe ich natürlich Hersteuerungskomponenten vergessen. Dann packe ich jetzt überall erstmal den Rest rein, den ich noch hab. Ich muss mal alles blau färben, dann weiß ich, da war ich auf jeden Fall schon. Also anschweißen, sag ich mal. 25 Prozent. Okay, da hab ich wohl vergessen, Stahlplatten reinzulegen. Was muss ich denn da noch alles mitnehmen? Ja, da fehlt natürlich wieder alles, das war klar. Irgendwas vergesse ich ja immer. Da auch, okay. Oh, das kann ich sogar fertig machen. Aber mir geht gleich der Saft aus. Von daher muss ich mal schnell mal eben anschweißen hier. Oh, schnell, mach aufs Schiff. Können wir das Schiff eigentlich schon mal wegparken? So, wie sieht das denn aus mit dem Schleifgerät? Was haben wir denn da noch drin? Verbinder-Schiff. Im Verbinder-Schiff ist, ähm... 36.000, da passt noch was. Kleine Rohre. Träger. Interne Panzerung, Motoren, große Rohre. Ja, das geht doch alles noch da rein. Oh. Da sind noch mal 200.000. Die kriegen wir, glaube ich, nicht da rein. Nein, ich würde sagen, das ist voll. Vielleicht sollten wir auch das Schiff um einen weiteren Lagerplatz erweitern. Wir können das ja nach hinten noch ausbauen. Oder hier unten drunter. Könnte man hier noch zwei Stühle, also den Stuhl wegnehmen und dann hier noch zwei kleine Lagerräume anbauen. Ich glaube, ich mache das auch zumindest mal mit einem. Also für Passagiere brauchen wir eh nicht. Okay, dann... Frachtcontainer klein. Erstellungskomponenten. Erstellungskomponenten. Achso, Interne Panzerung fehlt auch noch. Egal. Gehe ich erstmal hier weiterschweißen. Mir fehlen ja auch noch die ganzen... internen... Ach, Quatsch. Erstellungskomponenten natürlich. Ja, damit kann man dann auf jeden Fall einiges schweißen mit dem Material im Schiff. Sollte erstmal ein wenig reichen. Sollte erstmal ein wenig reichen. Schweißarbeiten sind natürlich nie spannend. Ich würde sagen, wir nehmen gleich wahrscheinlich eher in der nächsten Folge einmal kurz aufs Zentrum und gucken uns so an was denn die anderen Spieler, die schon hier auf dem Server waren so gebaut haben. Wir machen natürlich nichts kaputt, weil ich bin der Meinung, man sollte fremdes Eigentum nur beschädigen, wenn der Fremde auch dabei ist. Sonst ist das ja ganz ein bisschen uncool, ne? Das ist genauso als wenn man Krieg gegen jemanden führen würde, der gar nicht da ist, dann ist das ja auch kein Krieg, dann ist das ja einfach nur feindliche Übernahme oder so. sollt 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 Ja, bis auf die Schweißgeräte in der Mitte dürfte ich dann alle fertig kriegen. In der Mitte habe ich ja leider vergessen, die vorherigen Sachen hereinzustopfen. Ja, und die Anzugsenergie ist natürlich auch wieder leer. Ich würde sagen, wir bauen uns einen neuen Anzug, und zwar aus Solarzellen. Leider nicht möglich, aber schön wär's. Ein solarbetriebener Anzug. Ja, ich mein, wenn man flexible Solarzellen herstellen könnte, wäre das ja möglich. Das wäre doch mal eine Neuerung. Auch im wahren Leben. Flexible Solarzellen. So, jetzt gucke ich mal, was hier noch fehlt. Motoren und kleine Rohre. Motoren und kleine Rohre und Stahlplatten. Also vier Motoren, ein paar kleine Rohre und Stahlplatten. Ja, das sieht der auch so. Dann tanken wir erstmal, bevor ich hier, ja, einfach so aus Spaß durch den Raum treibe. Okay. Das kann erstmal alles wieder drauf. Dann kleine Rohre, haben wir gesagt. Kleine Rohre, 300, ja, locker. Stahl, nehmen wir mal, ja, nehmen wir mal das Komma weg. Sonst geht das nicht. Und dann noch Motoren. Vier, um genau zu sein. Ich nehme einfach mal elf mit, oder auch nicht. Was war das? Ach. Voll. Voll dumm. Okay. Ah, jetzt habe ich nur tausend. Ja, das reicht auch. Ja, gut, dann habe ich jetzt auch Motoren. Ach, da fehlt noch interne Panzerung, okay. Schade. Das ist alles fertig. Das sind wirklich nur noch die zwei Schweißgeräte hier in der Mitte. Und die kriegen wir jetzt auch fertig. Dann können wir das ganze Ding mal in Betrieb nehmen. Beziehungsweise ich werde erstmal das Schleifgerät entleeren. Da sind ja noch 200.000 Liter an Material im Verbinder drin. Und dann. Ja, dann werden wir ein bisschen schweißen mit dem Schweißmodul. Bei den Temperaturen fällt immer viel Schweiß an. Ach, der Pfei Ayabara. Den haben wir doch auch schon lange nicht mehr gesehen. Seit Freitag. Okay. Alles fertig. Ein bisschen interne Panzerung. Sieht doch gut aus. Die Pfei Ayabara. Okay, dann gucken wir mal, dass wir den Verbinder leer kriegen. Stellen wir hier mal auf Lager, hier auch. Verbinderschweißer, genau. Und das kommt alles in Frachtraum 2. Okay, dann können wir den andocken. Schauen wir mal eben, der ist aus. Merchblock Schleifer Dock an. Ja, Höhe sollte passen, sollte passen. Gerade so. Und, zack, da sind wir aufgesetzt. Jetzt nehmen wir unseren... Was sind da noch nicht... Achso, ja klar, das ist alles noch nicht fertig. Merchblock... Jetzt muss ich aufpassen, Schleifer. Nein, Schiff. Aus. Ja. Daraus machen wir wieder ein Schiff. Einfach etwas nach links rüber. Jetzt habe ich das Werkzeug noch gar nicht eingefärbt. Warum habe ich das nicht gemacht, weiß ich auch nicht. Dann machen wir das doch noch vorher. Und wir wählen natürlich... Gelb. Okay. Ich bin ein Schiff. Ich bin ein Schiff. Ich bin ein Schiff. Okay Ja, das sieht besser aus Kann man das auch mal unterscheiden Ähm Ja, immer habe ich die Antenne im Blick Okay, wir sind dran Wir Koppeln ab Den Schweißer am Dock Machen daraus wieder ein Schäfergruppen 7 Ja, das müsste passen Ja, sehr schön Gut Dann noch aus den Schweißgeräten Eine Gruppe machen Schweißgeräte Der Gerät Das ist der Gerät Der Gerät schläft nie So, da glühen sie schon Und damit die jetzt auch Material kriegen Wenn ich jetzt gleich anfange zu schweißen Drücke ich einmal P So, jetzt sind die Schweißgeräte auch Mit dem Verbinder verbunden Muss ja mal gucken, dass ich nicht davor dötsche Das wäre jetzt auch ein bisschen blöd Okay Da fangen wir schon an zu schweißen Ah, sehr schön Das geht doch Also so schnell kriege ich das per Hand nicht hin Mit schweren Blöcken Gehen wir noch weiter vor Gehen wir vielleicht die anderen Blöcke dahinter auch noch Ne Okay Dann fangen wir mal da drunter an Sind ja einmal auf der Ebene hier Ja, würde ich sagen Wir sind noch am Ende einer Folge Dann schweiße ich noch ein bisschen Und wir sehen uns gleich wieder Bis dann Ciao